Jee-ha! Und willkommen zurück zur Strange Brigade. Wobei, ich bin nicht ganz passend gekleidet. Heute geht's ja zu den... Kim Sachet. Piraten! Woo! Und da hätten wir unsere erste Teilnehmerin, die Manari, hat sich vorgestellt. Aber auch die Jungs von AFK sind dabei. Da hätten wir den Daniel. Ja, hallihallo. Was bist du eigentlich wieder? Du bist... Ach, du bist der... Nachdem du jetzt einen Charakter aus dem fernen Westen nimmst, nehme ich einen Charakter aus dem fernen Osten, damit wir wieder schön ausgeglichen sind. Genau. Und Alex ist auch da. Dann hab ich jetzt einen Charakter aus dem sonnigen Süden. Genau. Du warst ein bisschen länger in der Sonne, so dunkel wie du bist. Obwohl darf man das heutzutage überhaupt noch sagen, um Gottes willen. Doch, klar. Ich spiele ja den Charakter. Also ich hab damit kein Problem. Genau. Du als weißer Zissmann hast damit kein Problem, da du ja diesen Charakter spielst. Ich finde das nicht als Beleidigung. Ich starte mal, so. Schwierig. Achso, ja, du kannst ja gar nicht starten, weil ich muss starten. Stimmt. Ich hab auch bereitgerissen. Ich dachte, jeder kann starten im Endeffekt. Mit wahre Zeit, ja. 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 Fokussed as always on their mission to... Oh, dear. Fokussed as always on their mission... Oh, Papa, never mind. Professor De Quincey, if I could have your attention... Miles away, blasted academics. Professor De Quincey, Professor! Apologies, good lady. You were saying? Yes, as you were saying. Seventeenth-century Caribbean pirates. Well, they may be a strange thing to find in Egypt, but Jeremiah Tiberian was no ordinary pirate lord. He's the pirate lad you mentioned before you, Grace. Yes. As well as being a bloodthirsty cutthroat, he was also a student of the black arts, with a particular interest in Sateki. She was his patron demon, in effect. That sounds foreboding. And now she asks the price for this patronage? Exactly. The Witch Queen is calling all her dead servants back to life to serve her. Even Tiberian and his crew. Arm yourselves well, ladies and gentlemen. I'm afraid this next mission won't be plain sailing. Sateki's summoning her scurvy servants. And only the strange brigade can stand against such nefarious nautical necromancy, what paranormal piratical predicament await our heroes in the cutthroat caverns. Oh, wir scheinen jetzt wirklich Piraten zu kriegen. Piraten! Ah! Ja! Wir müssen dieses Wort vermeiden, das triggert Kim jedes Mal. Was? Ich brauch das! Daniel, bleib mal kurz stehen. Hm? Und nun? Ich seh grad, du hast so lustige Zehenschuhe an. Ja. Oh ja! Die Hackenschuhe von der Dame haben mir nicht gepasst, deswegen hab ich jetzt mal so halbe Sockenschuhe angezogen. Ja. Wow, ho, 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 ho. Ich hab meine Shotgun. Bei mir kann's ein bisschen dauern, ich hab so Einzelschuss. Ja, hab Spaß, ja. Na ja, Shotgun ist ganz nice. Stimmt, hier kann man ja vorher rum experimentieren. Heilige Höhlen! Piratenhöhlen! Ach du heilige Höhle! Ja. I love a good yarn, me. Oh, kann man die zünden hier? Hahaha. Do it. Oh, man kann hier Kanone schießen. Cool! The Brigade. Masters of Stealth. Oh, da ist ne Kiste. Masters of Stealth hat er's grade kommentiert. Ich will auch ne Kanone an. Das ist immer so, wenn ich irgendwas silent mach, dann knallt es ganz schnell. Oh. Okay. Ich wollte doch auch. Ich hab natürlich wieder die einzige Kanone gezündet, die völlig sinnlos war. Swashbuckling Skeletons. Seteki's Sorcery has revived these bony Buccaneers to harass our heroes. Boah, das müsste man jetzt in VR gucken, ne? Oder spielen. Diese Zwischenszenen sind immer so geil. Ist halt schon so weit da vorne, was, was, aber wieso? Shot, 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 gun! Braillum! Oh. Da sind noch mehr Gegner. Ich mach alle tot. Da bin ich nicht mehr der Professor. Kriegt das jemand auf? Ach ja, stimmt. Oder gibt's hier ne Kanone? Kann das jemand aufmachen hier? Kommt mal kurz her. Bin grad beschäftigt. Ja, ich seh's. Ja. Okay. Au. Bro, du hast was hinter dir. Aber jetzt nix mehr. Okay, es will wohl keiner. Ja, die sind wieder im Sch... Oh, Gott. Die sind wieder im Schießwahn. Die sind nicht mehr ansprechbar. Ja, ich merk schon. Ja. Du weißt, es gibt immer zwei Leute, die rätseln und es gibt immer zwei Leute, die schießen. Ja, aber dann kommt doch mal bitte alle her. Das heißt doch nicht, dass ihr eurem Hirn zumachen müsst. Wieso? Was ist? Ja, ob ihr nicht schießt. Wir sind Gegner. Wieso was ist? Das ist wichtig. Manchmal sind wir Gegner. Ihr war ein Gegner, wollte ich sagen. So, das geht schon mal nix. Was ist denn was? Was ist denn was? Nix. Oh. Wäre cool, wenn man wenigstens mit einer... mit einer... mit einer Kanone reinschießen könnte. Aber hier war auch jetzt keine mehr... Könnt ihr da was aufmachen hier? Hier? Habt ihr ein Zeichen? Nö. Genau, ne? Warte mal nicht. Okay, ohne Professor ist wohl dann Kacke hier. Mist, die erste Folge, wo ich nicht mehr Professor bin, ja. Okay, ja, dann haben wir schon mal ein Geheimnis nicht gelöst. Also es müsste so ne Anzeige kommen. Na, tut mir leid. Wollt halt mal jemand anders sein. Ist ja alles gut. Tut mir leid an mich selbst, ich ärger mich. Immer wenn du hostest, hier in dem Spiel geht was schief. Hier ist alles, was Piraten ausmacht. Ja eben, ich hoste gar nicht. Du hostest gar nicht. Ne, anmoderieren, so rumraten es. Ja. Ein Piraten-Schiff! Ah! Ich bin da rauf! Ich merk schon. Piraten ist das Ding. Ich jag alles hoch. Oh, das ist gar nicht so gut, ne? Wir sind hier gleich in der Arena, wir brauchen das noch. Oh, hier ist die Kiste, wo man kaufen kann übrigens. Das ist schön. Da sind zwei Halterin, also das ist tatsächlich in der Arena. Dann nehm ich nochmal einen. Oh! Wer macht denn hier so nen Krawall? Piraten-Schiff! Ah! Oh, das ist die Schatzkammer. Wer will Piraten-Schätze? Piraten-Schatz? Ja, hier sind zwei Kisten. Eine kleine, eine große. Uh! Dann nehme ich die kleine. Ich opfer mich mal. Na toll, ich krieg wieder nur ein Scheiß-Artefakt. Das ist ein Stein gewesen. Ich hätte auch den Stein genommen, ganz gerne. Das ist so ein Satz, den man von YouTubern häufiger mal hört. Allerdings nicht in der Aufnahme. Scheiß-Artefakt, ne? Hier ist noch ne Tür, die eigentlich aufgehen müsste. Weiß man immer erst hinterher. Achso, die sieht aus, als wenn man das sagen muss, sprich Freund und tritt ein. Ja, da ist auch so ein Speit, da kann man ein bisschen durchgucken. Melon! Da kommen bestimmt, da kommen bestimmt gleich Gegner raus. Das wär schön. Hm. Wir waren sowieso rund hier. Oh! Und? Jawohl, die Tür geht auf, oder? Ne, doch nicht. Kadaverus-Kathrooks, reanimiert von Satekis-Evil-Pauern. Hier kommen sie. Stand bei, um die Bordern zu retten, Brigade. Hm. 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 Ne, wo kommt der Gegner her? Da hat sich einer reingeschmuggelt von den anderen. Irgendwas verließt mich mit Lila. Oh. Hier darf nix Lila schießen. Lila ist meine Farbe. Mann. Oh, hinter uns auch noch. Oh, ist hier was los. Ja, 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 ja. Hä, ich triff dir nicht. So, jetzt. Der Weihnachtsmann. Ach, nee. Oh, oh, oh. Ich scheiße, der Sporn direkt neben mir. Oh Gott. Ah. Ist hier was los. Oh Gott. Er ist hinter mir her. Wo ist der? Lila passt hier. Hilfe. Was wollt ihr denn jetzt schon wieder alle? Oh Gott. Er kann auch gut schießen. Oh, die Waffe ist nicht meins, ne? Ich brauch echt was mit Schnellschuss. Oh, kacke. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh Gott. Da sich mal auch gerade nur kleinen Mist weg. Ah. Guck mal, ich glaube, ich habe ein Amulett nicht gerade. Mal ein bisschen was britzeln. Britzel, britzel. Oh. Oh, wow, wow. Tschuldigung. Ah, da bist du. Der hält ja wieder was aus. Ah, sehr schön gestandt. Jetzt kriegt er Headshots. Oh. Ich habe was erwischt. Oh, hier. Er ist ein Geist. Oh, ich brauche einen Trank. Hier liegt einer. Was für ein Loser. Yo ho ho. Ich habe sicherlich gesehen, die letzten Worte sind. Ach, schade, hätte man sich ja eine Waffe kaufen können. Was ist denn das? Wie bringt man denn noch mal einen Trank? Ich habe es schon wieder vergessen. Vollautomatik. Mit fünf, oder? Ach ja. Stimmt. Vollautomatik nehme ich. Hm. Macht er nicht. Hä? Ach, Idiot. Wenn ich F5 hämmer, bringt es natürlich auch nichts. So, wo geht es denn hier eigentlich weiter? Da vorne. Da, wo es aufgegangen war. Da, wo es aufgegangen war. Und was ist mit der Tür da hinten, die immer noch zu ist? Die bleibt für immer verschlossen. Außer wir haben andere Charaktere. Ich glaube auch. Na gut. Okay, ciao. Keine Ahnung, welche das war. Oh ja. Bye. Kettchen. Habe sie. Habe sie gefunden. Okay, wir brauchen wieder einen Code. Hier sind Tränke. Wer braucht? Äh, ich bräuchte einen. Genug für alle. Das ist toll. Wenn keiner den hier nimmt, dann nehme ich den auf. Ja, mach mal. Was bist du? Ach so, so ein Aktivierungsteil. Äh, hat jemand schon den Code zufällig gefunden? Äh, zufällig nicht. Ja, der ist da drin. In dem Raum drin. Das sieht auffällig aus, ne? Dieses rote Zeug. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach du Scheiße. Okay. Hervorragend. Jetzt das oberste. Nochmal. Ich sehe schon, ich kann es so. Ach so. Ich muss mich nur ein bisschen bewegen. Ach so, das ist ja gemein. Na, deine Luft ist wieder gelöst. Oh ho, was ein schönes Find. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Oh, was ist das hier? Kohle, Kohle, Kohle. Ach so. Äh, habt ihr sonst alles? Oder? Ach, ihr wart hier schon, ne? Schukidu. Uh, diese... Volle Munition. Ach, da hinten ist mal ein Teleporter gegangen. Ich weiß auch wieder rumfiegelter, was das ist. Ja gut, okay. Ich komm rauf. Warte, 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 warte. Ah, yes, rolling, that's a good trick. So, erstmal Stimme und so rum zurecht zupfen. Und weggebeam. Woher haben die eigentlich diese Teleport-Technik? Aus dem Traumschiff-Surprise. Vermutlich. Das ist doch ganz logisch, haben die Piraten geklaut. Stimmt. Teleport-Technik ist älter als die Menschheit. Oh, da ist schon eine Miese. Ja. Da oben vorne. Ich find nie einen. Was hast du? Gut. Oh, Gegner. Oh, Gegner. Da war. Mein Freund, ich glaub, es hakt. Oh, eine Granade. Granade, Renade, Renade, Renade. Das war doch mal so eine Zeichentricks-Sendung, oder? Keine Ahnung. Oh. Da hinten. Ich hab Fung gemacht. Großes Badabum. Was machst du denn da? Ich schießt in den Rücken, du kleine Sau. Ich darf's nicht. Loot! Nein, ihr Schweinderl! Ah, da wird's schon noch einen Weg geben. Moni! Welches Lootern hätten wir sehen? Ja, Nummer eins. Was macht ihr da schon wieder? Ach, ihr sind schon wieder Symbole. Wir lösen das Rätsel. Na, ich löse hier noch gar nichts, aber... Zwei. Wo steht denn, was man treffen muss? Drei. Hab auch eins. Ja, dann sollten wir's doch jetzt haben, oder? Ja! Geht jetzt das runter? Ach, waren wieder diese blauen Dinger. Oh! Oh! Ne Belohnung sieht aber anders aus. Das sag ich mir auch grad. Ey, hör doch mal auf hier. Geht mal weg. Oh! Was sprucht denn hier so Feuer? Ach, puh! Ah, der Feuer sprug er. Verdammt, wie war das mit dem Drang A5? Ah, hey! Ey, hör doch mal auf da. Waffe leer, Munition voll. Das war grad lustig bei mir, weil die gekaufte Waffe leer war und es auf die andere geschaltet hat. Wo ist der Schatz? Steht der schon wieder auf der Loot-Position hier, ne? Wer steht auf der Loot-Position? Ist das der Alex? Ich hab nur geguckt, wo der Schatz ist, Mann. Ich hab den Loot. Und wo ist der Schatz? Da ist der Schatz. Da war der Schatz. Jetzt ist er in meinen Taschen. Mietzi! Kennen wir dich. Ja, bevor du den Loot lootest, loot ich ihn. Den Loot lootest. Den Loot lootest. Und wo ist die Katze? Ich hab sie noch nicht gefunden, ne? Ach, ich hab sie. Ach, da oben. Okay. Ja, gute Beweise, Dad. Außerdem, Alex, bist du ja gut im Rätseln und ich muss halt gut sein wie irgendwas anderem. Also loot ich halt. Ich bin einfach dabei. Oh, hallo, Steckgeschwind. Die sind in den Vasi drin? Jetzt fällt mir das ja erstmalig auf. Okay, diese Tür da geht irgendwie auf. Nur gleich auf. Was ist das denn? Sag mal, ich treffe heute nichts, ey. Das ist wirklich furchtbar. Hä? Ach so, wir müssen vier Symbole finden und danach der... Ich bin heute in Kauflaune. Querschläger. Mal auch mal ausprobieren. Klingt schon mal nicht nach einer Präzisionswaffe. So ein Querschläger. Na gut. Habt ihr das hier schon aktiviert? Was wo? Ne, wir sind noch am Rätseln. Ich brauche es noch zu. Ihr sucht Symbole, ja? Oder was? Hier oben. Ein Schrank. Ich glaube ich. Ich hab ihn mal genimmt. Bin mir nicht so sicher. Ich trau mich nicht irgendwo drauf zu schießen. Das ist was Neues, ne? Oh, da ist ein Büchling. Ah, ich hab den Code. Ähm, äh, ne Auge mit einer Waage. Ja, Moment. Oh, ne, da kann ich nicht... Ich muss doch nur... Ne, 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 da kann ich nicht einfach drauf schießen. Das ist schlecht. Hä? Aber man muss doch einfach die... Das hier? Ja. Und dann brauchen wir den Vogel. Mach hier nichts. Sollen wir jetzt aufs zweite schießen, oder was? Ja, aufs zweite schießen. Okay. Dann die Welle und dann nochmal Vogel. Naja, man weiß ja immer nicht, wie schnell das da... Nein, hast du ihn da. Mein Querschläger wird's regeln. Ja, das nicht. Wie sie ja lauseinander fliegen. Ich mag meine Shotgun. Warum hab ich denn schon wieder nicht? Nein, das ist Amulett gedacht. Hm. Loot tut immer gut. Guter Loot. Jetzt könnte ich nochmal was zu trinken gebrauchen. Ein bisschen, ein Tröpfchen Leben. Da komme ich, ich zieh's raus. Das gibt's ja gar nicht. Boah, ich schieße ja immer nur daneben. Mein Charakter ist echt nicht ziemlich sicher. Hey, dafür schießt du da echt Querschläger. Die gehen dann hier komplett durch die Halle. Ha, stimmt. Ich hab sogar noch ein paar Schuss drin. Noch 68. Oh, Moni. Ammunition. Das Rad glaube ich nicht auffüllen. Na doch, meine reguläre auffüllen. Wie kommt eigentlich das Radio in die Höhle? Und warum funktioniert das? Man weiß es nicht. Das hat jemand reingestellt und eingeschalten. Ganz einfach. Sicher zum Korberatel. Können unsere Heroin einen Weg aus diesem kriegischen Kript finden? Aua. Du's Luder. Oh, guck mal, ne Glocke. Wollt ihr mich doch glatt anspringen? Oh, oh. Mal, 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 mal. Jetzt muss ich an mein Amulett denken. Amulett, Amulett, Amulett. Da ist er wieder. Ja, ja, laber, laber, raber. Wo ist er denn? Ja, klar, laber. Ich möchte dein Amulett entladen. Ja, ich auch. Ich nicht. Wo sind denn alle? Ach, hier vorne. Oh, da kommt er ja schon. Ach, nein. Zack, erst mal hier alles so gemacht. Ich lenke mal sein Feuer auf mich. Wow. Ich wollte eigentlich wegrollen. Hä? Stimmt, das war das Amulett. Das hat ja gar nichts gebracht. Ooh. Ach, 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 ach. Warum hat ich denn da jetzt geschlagen? Ach, diese Dinger hier explodieren die ganze Zeit. Ich bin in die Falle gerannt. Bisschen Heilung wäre voll geil. Hat der noch die Falle kaputt gemacht? Ja. Das machen die manchmal. Achso ich hab ja noch nen Trank. Ich hab ihn geeist. Ja ich versuch's draufzuhalten. Oh das hat ihm nicht gefallen. Er ist sauer. Oh der lädt so lange nach, die blöde Waffe. Oh Gott die Granade ging ja mal komplett. Nice. Niceer Scheiß mit dem Eis. Ja ist der Waffenkorb. Wir hatten das mit dem Trank droppen, Alex ich hörte noch was. Ja da kommt bestimmt gleich einer. Ja. Kein Stress. Die Swarga wird auch jedes mal wieder kommen ne? Ja. Kannst du das bewegen Alex? Hier sind Tränke. Hä? Was ist das? Wer will zwei Tränke. Na dann würde ich doch gleich mal einnehmen. Ja ich würde dich an. Ich würde euch einfach anbauen lassen. Achso noch. Wenn man nicht nach was drinnen kommt. Ich würde mich einfach anbauen. Nein, ich würde dich anbauen. Das würde mich nicht weit sehen. Ich würde mich anbauen. Ich würde mich anbauen. Das würde mich anbauen. Ja ich würde mich anbauen. Ja, ich glaube auch. Geh ich nicht, was muss man da machen? Wollen wir hier dagegen reden? Ja, jetzt machen wir hier nicht so... Aber ich glaube irgendwie, eure Shotguns, die sind viel zu krass hier. Ich komme ja gerade mal zu irgendwas zu töten. Das ist ja das Tolle an Shotguns. Ich habe gar keine in dieser Folge. Oh, da spiel die witzige Musik. Piratenmusik. Piraten, joho. Ah, ja, ist ja auch müde, die das nicht mehr, wenn sie Piraten hört. Hier sind so viele Piraten. Hat sie. Zu viele Piraten. Da ist ein Heildrang. Oh, das ist kein Schatz, den ich haben wollte. Ach nötig. Ach, sie stehen alle schön in einer Reihe. Oh, oh. Ach komm, jetzt. Ich will doch nur auf diese Scheiß-Ding schießen. Ah, boah. Da oben ist noch einer. Ich will so gut wissen. Wow. Was macht denn der da? Jetzt muss ich nicht mehr. Let's leave this Barber Brawl behind. Ich frage mich, was das alles ist. Er kommt noch nicht hoch, okay. Holtest du jetzt auch die Leiter hoch? Ja mal gucken. Ja ich hab's auch schon probiert. Schön wie ich begrüßt, wer gleich mit dem Schuss. He? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Ich hätte noch ein Buch. orientiere dich da wo wir sind da müssen wir weiter ach was geht einfach mal zur kim die kim weiß schon wo es lang geht hoffe ich ja kommt mit guck mal munition ich bin frei ich höre ein britzel ja genau das ist hier oben kann man eigentlich mehr als eine gekaufte mitnehmen habsi ja aber ein haben übersehen uns fehlt noch eine was eine katze ja doch eine fehlt noch sonst wird doch das kriegt man die goldene katze nicht vielleicht kommt hier noch und die brigade nicht die erste die versucht zu zu attacken man kann noch mal auf die andere seite gucken kommen wir noch zurück dass man es ist immer die also wenn hier fünf katzen aufleuchten ist es dann die letzte die uns fehlt also sprich nein nein die letzte haben wir gerade gefunden ja dachte ich mir doch ach so jetzt kommen aber auch nichts mehr zurück ne richtig das ist ja irgendwie ja die runde ist eh für ein bobo weil wir da jede mein geheimnis auch übersehen haben oder nicht gemacht haben ist so grandelig wir haben wirklich viel nicht gemacht na dann klicken wir nach vorne okay warte oh hier ist was aufgegangen hä cool ein labyrinth ich habe hier zwei symbole gefunden ja geld geil natürlich was glaubst du eigentlich das sind noch mal zwei brauchen wir noch die kiste ja vielleicht sollten wir uns die irgendwie mal aufmeilen dass wir sie nicht vergessen ich höre ein kettchen ich höre ein kettchen ja die sind noch nicht übersehen also da sind noch mal zwei sag mal ich hab da irgendwas was ist hier ich hab die tür ich hab irgendwas grad getriggert aber ich weiß nicht was ich stehe immer noch an der tür ja warte 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 ja habt ihr die katze gefunden ne noch nicht ach so ich hab sie alles gut ok also es müsste anfangen mit äh mit diesem kreis ja und dann der typ mit schwert der irgendwie kniegt ja jetzt warte ich muss weiter suchen ja ich weiß nicht nix wo wo die anderen waren wohl die gegner können ja auch durch die fein sterben äh warte ach da ne äh ach ne das war die über die ich grad vorgelesen hab na 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 wo war jetzt das andere ich find's nimmer das ist hier ein lappe rindig da ist was warte aua warum sind hier gegner ich bin mir nicht sicher das müsste jetzt nochmal der mann der kniet sein und nochmal kreis warte eben also mann der kniet und kreis ja aber nee warte der mann mit dem schwert meinst du ne ja ja genau genau schwert und kreis hab ich richtig äh ja jetzt äh weiß ich nicht wo das letzte war ja ich steh hier noch ne weile ach da ich hab's äh ne ok hä ok ähm dann jetzt kreis und der mann der kniet oh ich bin hier am ziel ich hab ganz viele schüsse gefunden yo und hier ist auch ein trank wenn einer braucht ich hab zwar keine ahnung wo du da stehst ach da die lootgöttin hat zugeschlagen aha ich dachte wenn ich schon mal hier bin ja macht ja durchaus Sinn ja ok einer Seite ganz hinten ne ja ich bin oben über den Schätzchen ja ich bin oben über den Schätzchen auch wie konnte der mich erwischen Mann, sind die nervig. Geht's denn da lang? Ha. Okay, ich merk schon, hoffnungslos im Labyrinth verlaufen. So labyrinthisch ist das Labyrinth ja gar nicht, zum Glück. Ah. Ah. Keine Sack, die Gas. Scheiße. Oh. Oh. Also was ihr könnt, kann ich auch hier, ne? So ist ja nicht. Da ist ein Stein in so einer Truhe drin, so ein Upgrade-Stein. Ich weiß nicht, ob ihr das schon offen hattet. Moin. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich bin hier. So mal. Was fällt ihm denn ein? Ja, wie jetzt? Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Will keiner den Stein haben? Wenn wirklich keiner, will ich ihn, aber ist mir eigentlich egal. Würde ich auch zuschlagen. Ja, dann mach. Schnellfeuer-Edelstein. Wo geht's denn jetzt nicht weiter? Achso, da ist ein Hebel. Hier ist schon wieder so eine Tür. Das war wohl die falsche Reihenfolge. Heh heh. Wuaah. Erschreck mich doch nicht so Spiel. So, irgendwas. Ah, ich weiß die Reihenfolge. Irgendwas mit Augen, oder? Ne, da oben. Am Eingang ist doch der Code. Wo ist ein Code? Ah. Da oben. Stehen sie doch. Hä? Andere ist... Guck mal da. Guck doch, ich seh da gar nicht. Da hin. Ach da. Okay, jetzt der mit der Schriftrolle. Als zweites. Ne, was war so an der erste überhaupt? Achso, der erste ist der Typ, der einfach so da steht. So, der zweite mit Schriftrolle. Genau, der sie ausstreckt nach vorne. Dann der dritte ist der, der die Schriftrolle an der Seite hängen hat. Und der vierte, der sich die Augen verdeckt. Ja. Ja. Ihr seid so gut. Ich würde hier von einem Spiel alleine nicht mal die Hälfte sehen. Das sind hier doch bestimmt irgendwo Gegner. Ich wittere. Ich wittere Gegner. Keine Gegner. Oh, da ist eine goldene Küste. Enttäuschend. Mag jemand? Ich hab den Stein schon nicht. Ich verzichte. Okay. Ach, ich hab so ein Kalik gefunden. Ein eingewickeltes Baby. Ja. Guck mal, Oli, du bist so ruhig. Alles gut? Ja. Ich wollte mal wissen, ob ihr was merkt. Hä? Ach, hier sind wir. Cool. Ja, und wir haben es gemerkt. Ja. Hey, wo komm, du bist doch gleich. Schön, dass du noch da bist. Hä? Kann Sataki's magic stand up against some good old fashioned cannonfire? Let's find out, I say. Oh Mann, da haben wir jetzt eigentlich nicht mehr. Wer will die Kanone zünden? Ich glaub da bist du am besten für prädestiniert, oder? Aha! Kanone! Oh, die goldene Katze wurde gefunden! Ja, ich denk ich hab's ja schon immer abgeholt, ne? Klar, die haben wir ja auch stehen lassen, ne? Kanone! Blaue Katze. Was? Wieder? Nein! Kann man das schon treffen? Na, ich komm gut erst nach der ersten Welle, oder so. Hey! Wo lohnt sich das denn hier mal? DINAMOUS! Hä? Also mein Aboulette ist wieder mal... Keine Ahnung, bin ich nicht gespannt. Nicht so gespannt wie sie's gelesen hat. Ja, meins genauso. Jetzt kommt wieder der Grillmeister hier an. Ah! Au! Ey! Fäschheit. Warum treff ich den Scheiß nicht? Ach komm, ey! Was soll denn das? Diese blöden Dinger da! Geh doch mal weg! Oh nein! Aha! Good show, Strange Brigade! That's the ticket! Ist ja auch noch gegen da irgendwo. Ich seh grad keinen. Haha! Ach, da kommen sie halt in die Treppe runter. Ah ja, hier ist genug los. Okay. Aua! Alter! Au! Ah! Ah! Er hat einen Satz gemacht. Gefliegt ist er, gefliegt! Gefliegt! Da spucken Leute! Ah, nie wieder. Ihr Ekligen! Ein witziger Fußballer! Oh, 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 oh! Das war geil! Ja, die war echt exzellent. Bin ich grad ein bisschen stolz auf mich. Das sind wir alle! Tief! Mach so Munition voll. Jetzt der blöde Gummigugel da! Oh, 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 oh! Was geht da im Blick durch? Oh! Merke ich, ne? Achso, ich dachte, es ist der Moment, wo man drauf ballert. Darf ich auch. Ah! Wir sind so für Gegner. Hier sind drei Feuermenschen. Also Mumien. Also Piraten. Also ihr wisst, was ich meine. Piraten, Mumien, Feuermenschen. Piraten! Feuerpiraten! Feuerpiraten! Feuermumien! Ah! Aua! Ach, diese schnellen wieder. Oh, hier ist viel los. Aua! So. Ach, ha je. Oh. Wolltest rumfassen. Oh, und Houdini ist hier auch irgendwo unterwegs. Die Kugel ist auf. Und wieder zu. Hm. Oh. Wolltest rumfassen! Sagen wir mal, Tiberian! Arise! Und destroy diese medallenden Worte. Heia, ich bin nervig. Avast, he Scurvy Dogs! Let's be having you! Da hat man schon sein Inneres gesehen. Oh. Aber da hilft uns hier sogar. Er braucht wohl keine Minions. Er ist stark genug. Oh, come on ey, du blödes Misti. Da kann man ja schon gar nicht mehr daneben treffen. Wo ist er denn eigentlich? Ich treffe ihn nicht. Ich dachte, ich kann Amulett-Power machen. Nein, kann ich nicht. Oh, hinter uns. Achtung, da ist er auch noch. Ja, sind wir ja mal überall. Au. Komm, gib her. Und Sprengmeister. Nein, 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 nein. Nicht jetzt. Au. Shit. Oh Gott, was machst denn du da hinten, Olli? Ich, äh, hier ist was los. Ja, ich seh's. Ich muss mal aus der Gefahrenzone rausgehen. Oh. Der von da hinten nix. Okay, ich hab hier unten ein bisschen Gesellschaft und kaum noch Leben. Ah. Ja, ich komm zu dir. Ich hab auch fast kein Leben. Dann passt's so. Ähm, letzten schließt ich mich an. Aua. Scheiß, dann feuert der auch noch sowas raus. Oh nein, diese komischen Blödelkuhl, äh, Buhldinger. Oh, sind hier viele. Reicht's mir aber. Na, mhm. Okay, ich bin hin. Warte. Ach du Scheiß, bei mir läuft ne Zeit runter. Ich ruf mal. Wer mich irgendwo sieht, ich hab noch 25 Sekunden. Warte mal, ich schau mal, wenn ich da zu dir kommen. Oh, was warst du denn? Wo denn? Oh, ganz dahinten. Hä, du bist irgendwo oben? Ach da. Komm man denn da hin? Ja, danke schön, bin raus. Ich hab den Piratenkönig. Ah, hier ist was los. Ah, jede Menge los. Irgendwie wäre Muni ganz cool. Aber ich seh doch keine. Ach nö, jetzt auch mich hat einer hingerichtet. Oh Gott, warte. Das Bösewicht von der Seite. Ah ja, du bist auch wieder hier. Bist du schon wieder da? Warte mal, ich bin eh als Nachbar-Gretter. Boah, ich brauch so dringend einen Trank. Oben war noch welche. Oben war noch einer. Sorry, aber ich brauch den auch grad ganz dringend. Ja. Wenn man ein Wiener belebt wird, hat man ja nicht mehr zappelt. Der denn so gut da. Boah, jetzt kommt der große Babbo auch noch. Der große Zamparino, ja. Ach man. Diese Kleingram-Scheiße immer. Warum hat denn der das so auf mich abgesehen hier? Naja, die KI stürzt sich immer auf den besten Spieler. Ich frag nochmal, warum hat denn der das so auf mich abgesehen? Au. Weil du so schön bist. Alter. Du bist schlank und drank. Danke. Bitte. Sehr guter Einsatz. Ich geb mein Bestes. So. Oh. Einen Tag. Der deinen Namen trägt. Hahaha. Aua. Lass immer noch nicht hin. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er hin. Ei, 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 ei. Ich mach hier was. Bille Köpig. Unserverlässig. Räumig. 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 Lass uns das in diesen Paranormal-Firusten. Muss man das überhaupt machen? Darauf schießen? Nö. Mausklick. Ach so. Ja, okay. Ich hab drauf geschossen. Am Ende des Tages sind doch alles nur Mausklicks. Oh, es geht sogar! Jaaa... Zwei Relikte? Aber ey, immerhin! Oh, diese Krüge, ich versteh das nicht, wo sind diese Krüge? Die stehen ganz unscheinbar irgendwo rum, ab und zu finde ich mal einen, zufällig. Ja. Gängen die oben an der Decke? Nein, die stehen einfach überall irgendwie rum, so wie bei den Katzen, nur dass die halt ganz unscheinbar sind. Die geben kein Zeichen von sich und du kannst sie gleich mit anderen Krügen auch verwechseln. Ja, wär cool, wenn die auch miauen würden, ne? Ja. Schade. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Wie kommt man jetzt nochmal... Hauptmenü ist jetzt schlecht, ne? Zurück zur Lobby. Achso, soll ich mal draufdrücken? Achso, das hast ja nur du. Ja, drücke mal drauf. Ja. Soll ich ja mal draufdrücken? Drück mal drauf. Der Horst hat mich zur Lobby gebracht, das ist aber schön. Horst. Lichter. Ach ja. Ach ja. Ja. Okay, das war ein bescheidener Einsatz des Cowboys. Professor bin ich auch nicht mehr, ne Wand konnte ich nicht öffnen, schade. Zwitsch ich wieder zurück. Ist die große Frage hier bei Strange Brigade. Äh, vor allen Dingen wer wir alle so beim nächsten Mal sind. Beim nächsten Mal geht's weiter. Da schaut ihr wieder rein und in der Zwischenzeit checkt ihr die anderen Kanäle aus. Egal bei wem ihr geguckt habt. Ab in die Videobeschreibung, da sind die Links. Und dann sehen wir uns hier wieder. Können wir schon schmummeln, wie es beim nächsten Mal... Achso, Verlorene Stadt? Verlorene Stadt. Ist das das nächste? Ja. Dann sehen wir uns in der Verlorenen Stadt wieder. Wir werden sie finden. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Jo, bis dann. Bye, bye.